Der Franz der Kanz. Eine Abacus-Medicine-Geschichte. In diesem Fall war es unser Supermann Franz, der sich in das Anliegen eines Patienten einfühlen konnte. Sobald Franz Bescheid wusste, wurden bei Abacus auch schon alle Hebel in Bewegung gesetzt. Manche machen Dienst nach Vorschrift. Wir bei Abacus-Medicine denken mit und folgen unserem Herzen.